Herzlich Willkommen zur gewohnten Zeit für die Sendung Hoffnung um zwölf. Heute machen wir kein Programm und wir beten hier nicht in dieser Sendung, sondern in zwei Stunden beginnt die Gebetsnacht. Weil so gut wir alle zu Hause sind, haben wir gesagt, wir fangen schon um 14 Uhr an, sind live auf YouTube und im Livestream. Da schalte ein in zwei Stunden, wir werden Lobpreis haben, wir werden beten, wir werden mit verschiedenen Freunden in Kontakt treten, wir werden Input haben. Es wird eine herrliche Zeit werden, Gott wird Wunderbares tun. Und schalte ein in zwei Stunden um 14 Uhr. Ja, wir sind so gespannt, was Gott tut in dieser Zeit, wo wir Gemeinschaft haben mit ihm und uns ganz auf ihn ausrichten. Und es wird wirklich eine tolle Zeit werden, auch für euch, die ihr uns zuhört und zuschaut. Und wir glauben, dass Gott wirklich Wunder tut in dieser Zeit und erlebe es mit uns. Also, bis nachher, alles Gute, Gottes Segen. Bis später, tschüss. Bis später, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020